Ein Bahnhof, Menschen kommen und gehen, lachen und weinen. Ein Zug kommt, Touristen, sie reisen, sie winken, ein Mädchen, es lacht. Eine Frau, ein Mann, er sagt, auf Wiedersehen, ein Kuss, aber sie weint. Wer ist der Mann, wie heißt die Frau, wo wohnt er, wo wohnt sie, sie ist jung, er ist jung, sie sind verliebt, der Mann winkt, die Frau geht, Menschen kommen und gehen, lachen und weinen. Ein Bahnhof. Das war es ju an, als ohne Urslein. Jungen, die Frau geht, Wunderschönen. Untertitelung des ZDF, 2020